hallo zurück wir haben in der letzten folge die leonie auf ihre arbeit begleitet und durften mal zu sehen was man alles in einem labor machen kann allerdings ja ich habe leider nur zwei drittel von den zielen geschafft ich glaube ich sollte sie das nächste mal lieber doch wieder alleine laufen lassen sie ist auch immer noch friedlich und freundlich am lächeln geht sie jetzt sind sie liebt ihn auch wenn er stehen das ist doch schön also süß trotzdem sollte man bad nehmen ich verstehe gar nicht warum er selber nicht baden möchte bzw ich hatte glaube ich sogar angeklickt dass er haben sollte junge wieso gehst du nicht bahn hallo bist du doof muss ich dich jetzt dazu zwingen baden zu gehen oder was denn nimm doch von mir ist ein schaumbad ist das vielleicht besser findest du das schöner ich glaube der ist wirklich doof was geht jetzt ab oder kommt er da irgendwie ans bad nicht ran aber das kann ja eigentlich nicht sein oder da müssen wir jetzt mal eben gucken also wir erweitern jetzt hier mal das badezimmer ein klein wenig und ja normalerweise ist das doch die badewanne so stehen lassen ich verstehe das nicht nein aber ich habe herausgefunden wie man das ganze trägen kann das wollte ich zwar eigentlich so überhaupt nicht aber das stimme mal eben nach hier hin ach das ist aber blöd gemacht normalerweise hat man den hahn ja auf der anderen seite ja sowas nicht schön so dann hängen wir den spiegel so kann ich den spiegel jetzt nicht drüber hängen hallo jetzt so dann schauen wir jetzt noch mal ob er denn vielleicht jetzt endlich mal baden möchte geht rein geht weiter perfekt er geht oh mein gott er ist ganz lila warum ist der lila ich meine gut der ist künstler aber oder soll das jetzt irgendwie ein lila das oberteil sein was der unter der dusche also im bad trägt ich glaube es jetzt nicht aber was macht sie denn hier gerade sie müsste eigentlich auch mal oh nein sie muss gleichzeitig auch noch aufs klo wird das jetzt streit geben nein sie geht trotzdem das ist wunderbar sobald man verheiratet ist kann man alles gleichzeitig machen das ist wunderbar das ist richtig toll so was war das ich dachte schon dass irgendjemand da oder so so ich wollte jetzt eigentlich noch mal gucken aber dafür haben wir wahrscheinlich zu wenig also ich meine gut das badezimmer das können wir jetzt erst mal so lassen ich könnte aber schon mal den grundbaustein fürs wohnzimmer jetzt machen ja ja nein ich will jetzt so es ist nur die frage ob das nicht zu teuer ist das direkt komplett ah ja das ist so teuer das direkt komplett zu machen schade dann machen wir jetzt erst mal den teil oh mein gott dann habe ich gar kein geld aber okay ich meine ähm ja wir haben auch gar kein loch sehe ich jetzt gerade beziehungsweise gar kein durchbruch moment moment wir haben doch so schön einen kleinen vorschlag kann man normalerweise wo ist der jetzt hin gibt es eigentlich eine abkürzung von diesen ach nee der war glaube ich hier oben oder geht das nicht irgendwie schneller dass man da auf den vorschlag kammer also den irgendwie mit gelände tools ne das ist das bin ich den ganz doof jetzt gelände bearbeitung aber ich will nicht mein gelände bearbeiten ich will wieso zeig dir mir das dann rechts nicht mehr an das ist aber jetzt auch irgendwie komisch wo das ist das hier gewesen ne neue objekte verschiedenes was ist denn das ja was ist das denn hier ach das ist das von der bowlingbahn oh mein gott das wäre jetzt natürlich geil gewesen aber 40.000 ist vielleicht dann doch ein bisschen viel oh für mein heimkino das sieht ja mal geil aus begehbarer kleiderschrank soll das wahrscheinlich sein oder so eine art schlafzimmer das ist krass das sind ach das sind bestimmt jetzt auch viele von diesen luxus artikeln mit da drin ok so eine eigene bar das wäre natürlich ziemlich geil wenn man so einen keller machen würde oder so das wäre jetzt auch noch eine frage wisst ihr zufälligerweise ob man keller machen kann und wenn ja wie weil ich sehe jetzt hier zum beispiel nichts dass man vorgefertigte zimmer für den keller hat karriere moment karriere was ist das das sieht jetzt nicht so karrieremäßig aus oh doch oh man kann man kann sich ein privates arztzimmer quasi machen das ist ja cool ok kann man aber nur wenn man das arzt wenn man die arztkarriere freigeschaltet hat wisst ihr ob das einmal freigeschaltet werden muss und dann für alle spielstände gilt oder ob man wirklich bei jedem spielstand alles freischalten muss weil das wäre natürlich ein bisschen saudämlich schreibt mir das einfach mal in die kommentare rein weil das würde mich echt mal interessieren ach jetzt habe ich den moment halt ich glaube ich habe gerade ich habe den vorschlag kammer gefunden wunderbar so hier unten kommt dann später eine tür rein aber hier kann das ja so offen bleiben das ist ja okay ich denke mal da werde ich dann einen bogen oder sowas machen was man da direkt durchgehen kann ja muss ich mal gucken aber gut ach so wir haben auch noch keine lampen aber es soll ja im endeffekt erstmal nur so ein raum sein dass wir schon mal die grundsachen haben so da die jetzt auch bald zur arbeit gehen werde ich das ganze mal ein bisschen weiter spulen sie schläft schon ja gut sie kann sich ja morgen noch mal eben schnell duschen okay er will gar keinen spaß haben von mir aus so nein ihr solltet jetzt eigentlich weiter beschleunigt sein damit wir die nacht einigermaßen schnell überstehen so genau dann gehst du jetzt erstmal baden so er möchte dann irgendwie spaß haben was ist das was bist du für einer du siehst irgendwie gruselig aus oh mein gott bist du ein vampir oder ein außerirdischer okay warst du schon im kuriositätengeschäft in der nähe der wohnwagensiedlung ich habe gehört es soll dort ein interessantes kein inventar geben kein inventar okay jason hat folgende merkmale von flattislaus kennengelernt halt welche merkmale waren das genau diskutieren wir mal über vampire okay also er denkt wahrscheinlich dass alle vampire fast food essen oder so so lektion kunstliebhaber jason ist ein kunstliebhaber ja das weiß ich auch kunstliebhaber lassen sich leicht von kunst inspirieren und reden gerne über kunst das ist aber unheimlich lange dauert das bis diese ah jetzt sind wir endlich auf grün nach vampir geschichte fragen ich weiß uns wirklich nichts mehr über vampire versuch es mal mit einer suche am computer okay also entweder hat er jetzt gesagt dass vampire auf staubsaugern fliegen oder dass sie sehr gründlich und reinig sind nara jason hat folgende merkmale oh flattilaus ist böse und ein einzelgänger warum ist er böse und sie steht da etwas paranoid mit dem glas in den so leicht abwesend ein arbeitsloser vampire ja so geht das aber nicht ja red bloß nicht weiter mit dem genau guten tag wissenschaftler durchsuchen die stranger will archiv für die bibliothek okay nein du sollst hallo du sollst eigentlich weiter mit ihm reden sonst haut er doch ab geht das noch ja da hinten ist noch keine tür brauchst du gar nicht rumzulaufen hast du jetzt auch gemerkt ne war doof merkst du selbst ist ein musikliebhaber okay ist ein musikliebhaber okay also die scheinen sich wirklich gut zu verstehen sie schwärmt erstmal ein bisschen vom vampir und erzählt dann ein schluss wie die 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 Gebumzoi? Bitsche? Gebumzoi? Bitsche? Wipsebatango Wange Siska Thinita Kenf Shaobo 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 Das will ich sehen Jetzt verwandeln Na? Na? Oh wow Krass Oh! 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 Äh, hallo! Nein, er sollte sich verwandeln Er sollte mich doch nicht verwandeln Hallo? Jetzt falle ich hier komplett vom Glauben ab Oh mein Gott! Ich wollte gar kein Vampir werden Und jetzt? Hallo? Kann ich jetzt tagsüber nicht mehr raus? Äh Irgendwie sehen ihre Augen glaube ich schon so ein bisschen anders aus Jansen Jason muss in eine Stunde bei der Arbeit sein Dann würde ich sagen, kümmern wir... Oh mein Gott Kümmern wir uns doch mal um Jason. Er hat ja so gar keinen Spaß hier im Leben gerade. Unterhaltung. So. Social Media. Hat die Comedy-Fähigkeit. Ich muss los. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt ist sie schon weg. Och nein. Der Spaß geht schon mal ein bisschen hoch. Das ist schon mal etwas Gutes. Aber was sie gerade durchmacht, das ist nicht gut. Ich wollte doch gar nicht, dass zum Vampir gebissen wird. Und jetzt wird er noch einen Witz über Vampire erzählen. Oh oh. Das findet sie trotzdem noch lustig. Obwohl sie jetzt wohl bald einer... Einer Witz. Anji! Ah, Shiloh! Oh. Oh, hehehe. Ja, fürs Zähchen und Mächeln haben wir keine Zeit. Wir haben jetzt keine vier Stunden mehr Zeit. Ich glaube, er muss auch zur Arbeit, oder? Junge, du musst zur Arbeit, glaube ich. Zur Arbeit. Zack. Ich möchte ihn begleiten, bitte. Darf ich ihn begleiten? Jason ist zur Arbeit. Ich durfte ihn nicht begleiten. Normal arbeiten. Jason bei der Arbeit. Fleißig arbeiten. Ach so. Ja, das müssen wir natürlich... Aber wieso durfte ich ihn nicht begleiten? Das ist gemein. Eben wurde ich gefragt bei ihr. Was ist denn mit ihr hier? Unbehagliche Begegnung. Es war eine unangenehme Unterhaltung. Hm. Sie denkt jetzt vermutlich gerade darüber nach. Warum sie überhaupt noch irgendetwas ist, wo sie doch anscheinend zum Vampir gebissen worden ist. Ja. Das Leben findet einen Weg. Oder wie heißt es so schön? Ich sage nur Ian Malcolm. Aus Jurassic Park. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich das eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich, dass sie ein ganz normaler Mensch bleibt. Aber so wie es aussieht, wird sie jetzt vorbei zum Vampir werden. Leonie sollte sich ihr gutes altes Notizbuch schnappen und zum Labor gehen. Ja. Ich würde sie jetzt alleine losschicken, weil wir brauchen mal ein bisschen Geld. Ich überspringe das Ganze jetzt hier einfach mal so. Sei gegrüßt, mein Kind. Mein altes Plasma wittert, dass du erst vor kurzem verwandelt wurdest. Es wird ein paar Tage dauern, bis du dich komplett in einen Vampir verwandelt hast. Aber keine Angst, die Nacht erwartet dich. Vampir zu werden dauert ein paar Tage verstanden. Ich will aber meinen Job behalten. Nein. Level 1 in der Vampirfähigkeit. Stößt tief in die Vampirforschung vor. Oh, offenbar gibt es jede Menge Wissen, dass sie sich aneignen könnte, wenn sie weiter recherchiert. Okay. Also anscheinend hat das dann doch auch sein... Oh, hat der mich jetzt erschreckt. Anscheinend hat das doch auch so seine Vorteile, wenn man ein Vampir ist. Ich hoffe... Er hat gar keinen Spaß. Und keine Energie. Oh, ich glaube, er sollte erst mal was schlafen. Ansonsten wäre ich jetzt mit ihm mal Richtung Stadt gegangen. Ähm... Ja, die sind jetzt natürlich weg, bis er da ausgeschlafen hat. Ich würde sagen... Was ist das hier für ein Haus? Haushalt aus der Galerie? Achso. Residenz besuchen? Höh! Moment. Achso, ich kann ihn einladen. Okay. Nee, der geht da alleine hin. Aber der geht da jetzt noch nicht hin. Beförder zu Kunstbandprüfer. Jason wurde befördert und ist jetzt Kunstbandprüfer. Er verdient jetzt 2 Dollar mehr. Er hat zudem folgende Bonus erhalten. 422 Dollar. Kunstbeleuchtung, perfektes Bild am Computer. Kunstreferenzen recherchieren. Okay. Also so langsam kriegen wir dann doch ein bisschen was hin. Das ist sehr gut. Wenn ich denn jetzt mein Zuhause noch wieder finde. Ich habe das jetzt eben so gedreht. Achso, da ist es doch. Genau. Sie ist jetzt zu Hause, aber noch im Kittel und hat irgendwie so gar keine Lust, irgendetwas zu machen, habe ich so das Gefühl. Sie kann aber jetzt erst mal was essen. Erbsen. Toll. Ja. Dann isst dir mal deine Erbsen. So, was ist das? Angeekelt vom Essen wegen Magenproblemen. Ja, ich würde sagen, das könnte daran liegen, dass sie jetzt demnächst nur noch Blut essen möchte. Aber sie isst trotzdem, oder? Oder kippt sie das jetzt? Nein, sie kippt es weg. Oh nein, wie soll sie denn bitte schön was essen? Hallo? Müde. Ja, das mit dem Müde ist ja klar. Dann gehst du einfach mal ins Bettchen. Ich würde sagen, mit dieser Szene machen wir auch für diese Episode erst mal Schluss. Dann kann sich die Leonie etwas ausruhen und ein bisschen schlummern. Und dann sehen wir uns frisch, fromm, fröhlich, frei am nächsten Tag wieder. Ciao.